Nackt Was geht into YouTube? Hello! Bevor dieses wundervolle Video anfängt, möchte ich ganz kurz anmerken A folg mir auf Instagram und B abonnieren meinen Kanal Das war's auch schon mit meinem Video, Dankeschön Bye Macht mir Spaß Okay Leute, ich hab fucking Hunger In meinem heutigen Video dachte ich mir, ich werd mich selber googlen Weil ich mich selber für so wichtig hatte, dass irgendwas über mich in Google stehen könnte Ja Ich bin sehr gespannt, was rauskommt Bis jetzt hab ich mich noch einmal gegoogelt Und das war schon sehr lange her Ladies and gentlemen, wir werden mich jetzt googlen Okay? Okay Ich hab ehrlich gesagt ein bisschen Angst, was rauskommt Oh man Leute, ich hab so Hunger Just Charm Just Charm, Alter Wacken, rüber YouTuber Just Charm Nummer 1 Sein richtiger Name ist John Munayni Das ist falsch Mein richtiger Name ist Safi John Munayni Aber ja gut Boah Leute, ich seh grad Oh, was hab ich gemacht? Boah Leute, ich seh grad, was für alte Infos das doch sind Wie gut kennst du Just Charm? Wann hat John Geburtstag? Das wäre der 7. März Wie heißt Johns beste Freundin? Anna Oh nur Spaß, Talia Was ist Johns Lieblingsessen? Pizza? Wer ist Johns Idol? Sedina Gomez Er selbst Er selbst Ariana Grande Oder Beyoncé Also ganz kurz, keiner von denen ist mein Idol Ich geh einfach mit Beyoncé, weil Beyoncé Gott ist Und wir gehen einfach jetzt mit Gott Als was arbeitet John? Das ist Wow Dankeschön, dass du jeden Assi-Laden aufgezählt hast Neben Schul- und Ausbildung mach ich noch einen Aushilfsjob bei Burger King Das ist mein Traumjob Wie heißt John mit vollem Namen? Zapri John Aaaaah Du hast es geschafft, okay Du bist ein echt großer, treuer Fan Du weißt echt alles über ihn Okay Leute, hier ist noch ein Quiz Durch was wurde John berühmt? Definitiv YouPorn, Leute Definitiv YouPorn Einen verstorbenen Brunner namens Larry Was macht er noch in seiner Freizeit? Nichts Dieser Junge ist hobbylos Was dreht er für Videos? Hä? Ah Was dreht er noch für Videos? Wer ist seine beste Freundin? Ein John hat keine Freunde Sag mal, ist das hier Mobbing oder ist das ein Spiel? Talja Er hat immer noch keine Freunde Was hasst du an Mädchen? Wenn sie süß sind, ja das hasse ich am meisten an Mädchen Was ist ein Traumauto? Okay Leute, wer auch immer dieses Quiz erstellt hat Hat wahrscheinlich irgendwie irgendwas genommen Okay Das ist Jans Penis lang Er hat eine Vagina Hä? Moment mal, warum lach ich? Das ist voll der Diss Wer war Jans frühere beste Freundin? Er hatte noch nie Freunde Haribo macht Kinderfett? Das steht sogar im Internet Sterben muss man sowieso So, schneller geht's mit Haribo Moment Ich, John Hat nur 17 Antworten richtig? Waa Just John Nackt Warum? Okay Kennt ihr diese No God No 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 John, warum machst du das? Ich hasse deinen Vergangenheits, John Shower Time Ich bin Wow Wir gehen hier sofort wieder weg Waa Just John Freunde Oh Leute, okay Das Bild kenne ich sogar Und das auf dem Bild, das bin ich mal nicht Hä? Ich komme gerade 80 nicht drauf klar, dass Nacktbilder von mir im Internet sind What? Okay Leute, wann habe ich so ein Phonomat? What the fuck? Jingle belts Hater smells Losers Go away John is hot Haters not John is all the way Wow, guck mal, ich gebe nur ein C ein und da kommt John Guneidi Talent der Woche John Guneidi Oh Gott, mein MacBook ist gerade fast runtergefallen, okay Er hat aktuell 18.000 Abonnenten und mehr als 5 Millionen Views Das stimmt hier irgendwie nicht, das ist nur falsche Information Ich hatte viel mehr Abonnenten als ich mich angemeldet habe, so viel weiß ich Durch seine spritzige, erfrischende und authentische Art müsst ihr ihn ab sofort abonnieren und ihm zu noch mehr Abonnenten verhelfen Die haben sowas von Recht, okay? Abonniert meinen fucking Kanal Dankeschön Bevor ihr anfangt die Fanfiction zu lesen, bitte ich euch ein paar Anmerkungen am Anfang zu lesen, das ist echt wichtig John, gesprochen John, ist in der Geschichte ein großes Stück bekannter als in Realität Okay Mic Drop DemiG, das sieht verdammt gut aus Videos bearbeiten wie Just Charm Es gibt diesen Just Charm auf YouTube Aha Steffi Smile Ich bearbeite meine Videos mit Sunny Wenigaz, okay? Oh Gott Leute, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr dieses Bild von mir kennt Das ist mit Abstand Ich glaube das bekannteste Bild von mir Okay Leute, ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr googlen Weil ich das Gefühl habe, dass ich sehr viele verstöchende Dinge ins Internet gesteuert habe, die dann inzwischen hier wieder gelöscht werden So Leute, das war es auch schon in meinem Video Falls dir das Video gefallen hat und das hat es Und falls du mehr Videos von mir sehen willst und das willst du, dann kannst du jetzt gerne kostenlos einen Daumen nach oben geben Und falls du Bock auf mehr hast von meiner Presse und das hast du, dann kannst du jetzt gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren Danke So Leute, dann würde ich jetzt sagen, wie das so mir kostet Bis irgendwann Abonnier einfach meinen Kanal, dann weißt du wann ich das nächste Mal ein Video hochlade Oder abonnier mich einfach um zu vermeiden, dass ich irgendwann abends vor deiner Haustür mit einem Messer dastehe War das ein deutscher Satz? I don't know Machen wir bleiben Pichitas Bye